Wie findet ihr sie vor allen Dingen? Also ich finde es mit einer der besten Boxen. Ganz ehrlich, wenn ich so zurückdenke, mit einer der besten. Hallo, schön, dass du dabei bist. Ihr habt sein Thumbnail gesehen, ne? Ich habe die schön für mich Box. Aber nein, ich habe sie nicht. Was bedeutet das? Ich kann sie euch nur zeigen. Und zwar hat meine beste Freundin die gewonnen. Völlig überraschend. Sie konnte es auch kaum glauben. Für diejenigen, die das neue Verfahren von der Rossmann Schön für mich Box nicht kennen. Es ist ja seit einiger Zeit so, dass ihr innerhalb der App meistens Anfang des Monats Bescheid bekommt. Jetzt ist die Möglichkeit an der Aktion teilzunehmen, wenn du für mindestens 15 Euro eingekauft hast. Das heißt, du musst mit dem Konto dort registriert sein. Dann gehst du auf Aktion teilnehmen, wenn du halt für 15 Euro eingekauft hast. Und dann, wenn du Glück hast, kannst du gewinnen. Ich hatte die ganzen Male jetzt Pech. Aber wie gesagt, meine beste Freundin hatte jetzt Glück. Und deswegen darf ich sie euch zeigen. Also bevor jetzt jemand schreibt, herzlichen Glückwunsch zu deiner Box, Irene. Nein, nein, die wird die Anja mir nicht freiwillig überlassen. Die sitzt auch dahinter. Die wollte leider nicht mit ins Video. Und glaubt mal, die wird nicht wieder fahren ohne die Box. Oder Anja? Also sie hat schon mir direkt geschrieben. Die ist so schön. So, ich sehe dann wohl schon was, wo es bei mir jetzt keinen Jubelschrei geben würde. Aber gut, wir schauen mal. Was haben wir denn? Wir haben eine schöne Karte. Happy Valentine's Day. Passt ja dann zu dem Monat Februar. Dann, wo ich, wie gesagt, keine Jubelschrei machen würde, weil ich den schon mal hatte. Der erste Ice Glow Effekt. Der Kryo Face Glow. Diesmal in etwas Training. Ich hatte den, glaub ich, damals im Rosa. Und jetzt ist er halt hier in so einem Mintgrün. Ihr kennt das ja. Im Kühlschrank legen und dann schön über das Gesicht. Ist super kühlend. Soll helfen, die Fältchen hier wieder ein bisschen zu reduzieren. Dann, was ich aber ganz cool finde, und ich bin mir sicher, dass es ein toller Duft von Tom Taylor, der Modern Spirit. Das Eau de Parfum. Also es ist noch nicht mal das Eau de Toilette. Es ist ein Eau de Parfum Nature Spray. Mit 30ml. Das ist bestimmt mega. Und ich glaube nicht, dass ich das bekommen werde. Dann von Altera das Trocken Shampoo Bio Zitronengras. Benutzt du so was? Trocken Shampoo? Nein. Meine Freundin sagt auch nein. Ich auch nicht. Also ich weiß, meine Tochter benutzt das. Aber auch Altera, weiß ich nicht. Aber Altera ist nun mal die Marke bei Rossmann. Genau wie Isana. Da hast du ein Sugar Scrub Rose für Lippen und Gesicht mit pflegendem Mandelöl. Das wiederum finde ich gut. Viele schrecken hier so ein bisschen zurück bei Salzpeeling. Zuckerpeeling ist auch oft grobkörniger. Aber müsst ihr einfach austesten, inwieweit eure Haut das jetzt tatsächlich verträgt. Dann eine wunderschöne Palette. Oh, das sind tolle Töne. Anja, darf ich die mal aufmachen? Ich darf. Das ist super. Und das sind auch die Farben für dich, Anja. Hast du das schon gesehen? Welche Farben das sind? Ja. Die sind toll. Die passen gut zu dir. Meine Freundin ist so rot-braunes Haar. Ist das richtig? Rot-braun? So, also von Riva loves me the Eyeshadow Collection, die Boho. Wir hatten damals ja nochmal so eine Boho-Vibes-Reihe, ne? Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern. So, und ich habe die Ketsche nicht gemacht. Also da ist so eine kleine Ketsche drin. Also hier direkt jetzt der Beweis, wenn meine Freundin das gucken sollte. Ich bin das da nicht gewesen. Aber tolle Farben, ne? Die sind echt schön. So, dann. Ah, M, Asam, Vitamin C. Die Glow. Ich denke, da wird sie sich wirklich drüber freuen. Ne? Mein Blick geht immer so nach da. Das Blöde ist, die ist hinter der Softbox. Hat die sich versteckt. Damit ja kein Schatten nichts von ihr zu sehen ist. Die sitzt hinter der Softbox. Also, kennen wir ja alle die Vitamin C Glow Cream. Von M, Asam. Ist ein tolles Produkt. Wirklich. Und ihr müsst euch überlegen, ihr zahlt ja nichts dafür, ne? Es war ja immer irgendwie gesagt worden, ja, ich musste Versandkosten bezahlen. Also 5 Euro, so wie früher. Ich habe direkt nachgefragt. Meine Freundin musste keine 5 Euro bezahlen. So, dann von Rival Loves Me, die Absolute Eyes. Mascara für Länge und Volumen. Kenne ich auch noch nicht. Das finde ich ja jetzt was Spannend, ne? Wir versuchen zu sagen, die kriegst du nicht mehr. Ich will das selber ausprobieren. Also, das ist echt eine tolle Box. Dann von Rival Loves Me, der Brow Fixer. Transparent. Das ist super. Machen wir euch auch auf. Warte, wo habe ich denn die Schere? Ich bin mir auch schon zu 99% sicher, dass meine Freundin mich dann fragt, wie benutze ich das denn? Ja, habt ihr gehört? Genau, kam direkt schon. Muss ich in Verhandlung treten, ne? Ja, ich verrate dir das, wenn du richtig Mascara krieg. Nein, Quatsch. Ich freue mich für die Irre, dass ihr die Box bekommen habt. Also, ihr habt diesen Brow Fixierer. Und die da auf den billigen Plätzen hört einfach zu. Du machst dieses Deckelchen dann ab. Und da hast du da unten drunter, beziehungsweise ich kann es ja eben auch schon mal aufmachen, du wirst es ja eh ausprobieren. Ja, ist gut versiegelt. Da habt ihr diese milchig aussehenden, ich drücke es mal liebevoll aus, Kleber. Ja, und den trägst du dann mittels dieses kleinen Pinsels auf. Und hiermit kannst du das nochmal schön in Form bringen. Also, wie schreiben die das denn? Einfach den Brow Fixer mit dem beiliegenden Pinsel auf die Brauen auftragen und sie in Form bürsten. Genau das, was Irene gesagt hat. Hast du das da hinten gehört? Ist ganz einfach, ganz viele Palette zu machen. Das geht halt einfach darum, dass die Augenbrauen da ein bisschen schöner in Form sind. Oh, der ist schön. Oh, guck mal, von Altera der Pinsel, der Lovely Powder Brush. Oh, der ist wirklich schön. Und mit Herzchen. Also, da beneide ich so gerade ein bisschen drum. Der ist schön. Der ist wirklich schön. Guck mal nach. Wieso hast du jetzt eigentlich so eine mega tolle Box? Sag mal. Sag mal, weil ich so lieber Mensch bin. Ja, aber wirklich Glück. Also, ich muss sagen, letzten Monat die Box, man freut sich immer, wenn man sie bekommt. Könnt ihr ja nur bestätigen. Da wird, glaube ich, doch kaum jemand hingehen und sagen, was für eine blöde Box. Nee, ich finde, die gewonnen ist mega Gewinn. Weil ich weiß nicht, ist das immer noch 5000? Ich weiß es nicht mehr. So, auf jeden Fall, wenn man dann noch so einen schicken Pinsel dabei hat, ich halte den mal darüber, ohne mich wieder aus dem Bild zu lehnen. Hast du geguckt? Yes. Der ist wunderschön. Dann kann man sich allein schon nur über das Teil schon freuen, finde ich. So, und wenn ich dann auch noch sehe, da ist dann auch noch ein Glitzi Glitze Haarband bei. Sharon Rosa. Schaut so aus. Also, es ist ja wohl ein Haarband, kein Armband. Na gut, auf der anderen Seite kannst du auch als Armband nutzen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ein Haarband ist. Was denkst du da hinten? Haarband oder Armband? Ich denke, ein Haarband. Ne? Ein Haarband, aber ein richtig schönes. Das passt zu 100%. Da hast du recht. Das passt zu 100%. Könnte auf sie abgestimmt sein. Und dann weiß ich, dass Anja sowas auch benutzt. Isana Body Lotion Panthenol Parfumfrei für sensible Haut. So, ihr Lieben, das war der Inhalt. Ich packe das jetzt hier nochmal rein. Also Leute, ich finde es eine richtig, richtig knaller Box. Wirklich, ich kriege hier gar nicht alles rein. Wie viele Produkte haben wir diesmal? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Wirklich schöne, schöne, schöne Produkte. Also ich bin begeistert. Ich kriege es ja gar nicht alles ordentlich jetzt für euch sortiert. Also so ungefähr, ich verdeck mal jetzt mal doppelt gehen. So könnt ihr euch das vorstellen. Tolle Box. Anja, herzlichen Glückwunsch. Ah nein, zehn, das klappt. Zehn Teile. Wollen wir ja hier nicht unterschlagen, ne? Auch wenn es ein kleines, dezentes Beutelchen ist. So, ihr Lieben, das war's. Schreibt mal bitte wie immer in den Kommentaren, wer von euch hatte auch so viel Glück wie meine Freundin und hat sie gewonnen. Wie findet ihr sie vor allen Dingen? Also ich finde es mit einer der besten Boxen. Ganz ehrlich, wenn ich so zurückdenke, mit einer der besten. So, das war's. Ich muss jetzt nur noch schnell einen Short drehen und dann darf meine Freundin sich die Box wieder krallen und nach Hause fahren. Also, ihr Lieben, tschüss. Und dann darf ich auf mich euch sehen. Lasst uns zu einem kleinen els dazu nome. Und dann darf ich sagen. Vielen Dank.